...die von normalen Menschen unterscheiden. Ich habe hier ein Kaliber 50 Scharfschützen gesehen. Ich glaube nicht, dass ich eine ganze frechne Munition hier im Nektor abwehren kann. Sie ist noch am Leben! Es war nur ein Streifschuss! Wir sind nur auf diesem einen Hund gewohnt, um Menschen zu tun. So etwas würde ich niemals tun! Ja, ich würde ihm sagen, dass ich mich hierhin verliebt habe. Wie konntest du vor so blöd sein? Einen Menschen zu vertrauen, meine ich. Obwohl du gar keiner von ihnen bist. Da sind wir Freunde. Was glaubst du denn, warum ich dich sonst am Leben lassen würde? Und das eben hat das mir getan. Ich will, dass du mich anspültest, okay? Ich will nicht, dass du mich erspültest! Ich werde euch alle auswaschen. Jeden einzelnen von euch. Jeden.